herzlich willkommen zu diesem klitzekleinen info video zum kanal ich weiß noch nicht wie ich das ganze hier nennen werde irgendwie kanal konzept überarbeitung oder irgendwie sowas ähnliches denn darum geht es heute mal ganz kurz ich habe jetzt zum studieren angefangen medieninformatik und informationswissenschaft und ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel zeit haben daher für den was für den kanal zu machen also ich bin als student hat man ja eh unendlich viel zeit aber was ich bisher gesehen habe vom studium ist es schon ein bisschen aufwendiger als als die schule und von daher weiß ich nicht eben wie viel zeit ich noch haben werde wie es weitergeht und werde das ganze jetzt müssen zurückfahren ich habe mir im endeffekt zwei fragen gestellt erstens was will ich machen und zweitens was finden die zuschauer interessant und habe versucht daraus ja irgendwie eine schnittmenge zu finden mit der basis beziehungsweise mit der betonung allerdings darauf was will ich machen dazu komme ich später noch mal ich schaue die ganze zeit nach unten denn hier liegt mein handy ich habe mir das heute alles was ich so sagen will nämlich heute auf der zugfahrt von der uni weg alles aufgeschrieben darüber da kommen wir später zu zu die wie sich das jetzt entwickeln wird ich habe auch in der letzten zeit versucht die kanalqualität zu verbessern das heißt ich habe einheitliche thumbnails gemacht ich meine das habt ihr bestimmt schon gesehen dass die funnels halt jetzt wir schauen mal ganz kurz so ungefähr ausschauen also alle ungefähr mit dem mit dem gleichen aufbau bis auf die brother assassin's creed brotherhood und assassin's creed revelations habe ich jetzt gar nicht da die doch die als eins genau die schaue noch anders aus weil ich die einfach schon vorher gemacht habe bevor ich die von den als umgestellt habe darum sind die noch so aber das sind so jetzt die thumbnails wie sie ausschauen werden in zukunft genau und ich finde so ein einheitliches famil design auch besser als das alte dann habe dieser bereits gesehen die facecam ist endlich real ich finde sie trägt bei manchen zu mehr zu einer verbesserung bei zum beispiel rainbow six wo es auch sehr 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 viele stelle momente gibt und die facecam ist was durch das man wirklich sieht dass ich mich gerade konzentriere und ich einfach bloß ja grundlos die fresse halte und das ist was auf das sich das auge auch konzentriert jetzt wenn ich zum beispiel irgendwo liegt und bloß auf die tür schaue das ist für zuschauer eigentlich nicht interessant und da gibt die facecam noch mal komplett anderen blickwinkel finde ich deshalb ist die drin es wird sie wird bei einigen projekten nicht drin sein zb hier haben wir es der last of us weil ich finde manchmal macht die facecam auch irgendwas kaputt und bei the last of us wird sie auch nicht reinkommen kann eventuell auch daran liegen dass ich der last of us schon komplett fertig aufgenommen habe aber das nur am rande bei deus ex ist zum beispiel drin also habe ich letztens eine aufnahmesession gehabt die erste mit facecam dauert aber noch ein bisschen bis da die folgen kommen mit der deus ex facecam dann was haben wir genau zu was interessiert die zuschauer was will ich machen wie läuft das ganze hier weiter die 6 the last of us assassin's creed revelations und der meine erste anno season gesehen hat der wird auch wissen dass es das ist kreativ kommen wird dass die laufen die laufen alle regel regelmäßig regelkonform laufen die halt weiter und werden auslaufen irgendwann als ich fertig spielen und danach wird war kurz was im auge danach wird es allerdings kein nachfolge projekt geben warum weil vor allem der punkt was interessiert die zuschauer nicht wirklich erfüllt ist ich meine ich schaue auch was kann ich mit meiner zeit anfangen wie sind die klicks interessiert dass die leute weil ich meine bei the last of us und bei deus ex bei assassin's creed revelations eigentlich bei allen ja singleplayer let's plays kann man sagen ist es so dass die das ist die leute nicht interessiert ich weiß nicht warum vielleicht bin ich nicht so interessant auf jeden fall ist es halt eben so dass der aufwand ist eigentlich kaum wert ist und ich habe es bisher immer gern gemacht weil ich weil ich eben zeit hatte und jetzt muss ich schauen wie es wie sich ausgeht ich sag mal so wenn ich jetzt echt nichts zu tun habe dann werde ich wieder irgendwas aufnehmen irgendwas singleplayer technisches und so weiter aber ich will mich eher auf andere sachen fokussieren ich habe mittlerweile zwei formate rausgesucht die ich entweder weiterführen will beziehungsweise neu anfangen werde das eine ist der beauty of wir haben ja so jetzt muss ich mal kurz gucken das von die rainbow six videos beauty of assassin's creed interessiert so halbwegs ein paar leute und ich finde die videos auch ziemlich ziemlich nice muss ich mich jetzt einfach mal selber loben es macht mir riesigen spaß diese dinge zu schneiden ist auch ein riesiger aufwand und von daher wird in die richtung mehr kommen es wird nicht bloß sich auf assassin's creed versteifen ich habe noch zwei andere spiele auf jeden fall also witcher wird auf jeden fall kommen also beauty of the witcher 3 vielleicht wird auch beauty of the division kommen man weiß noch nicht ich bin mir noch nicht sicher die spielwelt sieht hammergeil aus ich kann also ich schaffe es auf grafikanstelle in ultra zu spielen mit dem pc hier und von daher könnte das schon was werden war so das zweite format das habe ich euch gleich noch was ich gerade anfangen oder was ich gleich anfangen wird was nämlich da habe ich mich gerade vergessen was war auf jeden fall weitergehen wird ist game on ihr habt ja bereits vielleicht gesehen dass ich anruhe jetzt einfach nicht so gespielt habe also anruhe 2070 sondern ich habe eine erste season rausgemacht was impliziert dass eine zweite season kommt das eventuell eine dritte eine vierte und eine siebte season kommt alles zu seiner zeit aber bei so bei solchen sachen habe ich noch das gefühl die leute interessiert vor allem zum beispiel rainbow six rainbow six läuft eigentlich ziemlich ziemlich gut also wenn man wenn man sich hier so so die klicks die klickzahlen anschaut dann ist das eigentlich schon ganz gut für den kanal hier so genau was kommt neues neues es kommt auf jeden fall ein format wird neu kommen das heißt was geht ab nein es wird kein news format es gibt bestimmten news format irgendwo im internet das heißt das was geht ab heißt aber es wird kein news format in dem ich mich hinsetze und recherchiere ja und was sind hier was sind große sachen irgendwie im gaming bereich oder was weiß ich ja gewesen auf jeden fall mein konzept aber mein aktuelles konzept hierfür ist dass ich eine woche lang einfach themen sammeln die mich interessiert oder bewegt haben das kann also das muss das muss nichts youtube technisches sein das muss nichts gaming technisches sein das kann zum beispiel erzählen was ich in der woche in der uni erlebt habe und das wird dann eher ein commentary format sprich ich werde trials im hintergrund laufen lassen oder zumeist trials weil ich es erstens interessant finde und zweitens weil ich es gut aufnehmen kann vielleicht auch fifa wobei fifa 17 ich habe ich habe nur fifa 16 müsstet euch mit altem gameplay begnügen aber ich finde trials auch interessanter als fifa für sowas warum commentary weil ich nicht gleichzeitig reden und trials spielen kann dass das klappt nicht beim besten will nicht das klappt vielleicht so auf anfänger bis mittel strecken aber abschwer also schwer bis extrem da reden und konzentrieren darauf dass man nicht verkackt das ist das ist nicht wirklich zumindest bei mir nicht genau von daher war es das das habe ich euch gesagt genau upload plan den seht ihr ja hier der sich fragt wo ich den upload plan her wenn ihr auf unseren kanal geht dann habt ihr links der eine heißt upload plan da kommt ihr zu media feier das problem ist dass ihr bei media feier die scheiße runterladen müsst früher war es so dass man dort gleich die dieses ex diese excel tabelle aufmachen konnte also im webbrowser aber ich weiß nicht was ich entweder was ich mit der zeit geändert habe oder was ob media feiern was geändert hat auf jeden fall wer sehen will muss es halt jetzt runterladen tut mir leid und noch mal ein kurzer hinweis in eigener sache wer mir auf twitter folgen will weil wir haben ja unseren offiziellen twitter kanal hier kann man ganz kurz anzeigen so das ist zwar der offizielle aber das ist schon lang bloß noch ein ja wir hauen hier die folgen raus also die die werden hier automatisch gepublisht wer meine tweet 10 will der muss auf et david zocker unit kommen auf twitter und dann geht das machen wir wer da interesse hat so ich schaue noch mal ganz kurz damit sollte alles gesagt sein hoffentlich was so in nächster zeit kommen wird genau wann wird das ganze starten ich habe vor was geht ab noch diese woche zu starten ich werde es meistens so freitag auf dem freitag habe ich nämlich keine vorlesungen ich den kompletten tag keine also frei habe ich eigentlich nicht aber ich habe zumindest keine vorlesungen sagen wir so und von daher werde ich das höchstwahrscheinlich dort aufnehmen vielleicht irgendwann samstag raushauen je nachdem wie ich zeit habe und dann wird es halt meistens so von samstag bis freitag sich darauf wird sich dieses video beziehen waren der beauty of weitergehen beziehungsweise wieder starten wird keine ahnung ich habe bereits guitsche gameplay aufgenommen allerdings muss ich ja noch ein bisschen was optimieren ich muss überlegen wie lang mache ich zum beispiel die videos jetzt wirklich weil wenn ihr euch jetzt zum beispiel genau das war es palais jardin du luxembourg da wenn ich das falsch ausgesprochen habe tut mir leid ich hatte nie französisch in der schule das video geht knapp 15 minuten und das ist ein bisschen zu lang das schaut sich keiner an also optimal wären so eigentlich hier notre dame de paris so fünf minuten ungefähr das wäre das wäre so ja das optimum also dass das die optimale video länge so circa und dann muss bei witcher zum beispiel schauen was für themen mache ich weil in fünf minuten witcher kommt oder überhaupt etwas zum beispiel zum beispiel komplett wählen abzuhandeln in einem fünf minuten video dass das ist das ist rein das ist einfach nicht möglich also ich muss mal verschiedene topics suchen wie ich die ganze welt unterteile et cetera et cetera et cetera und dann ja geht es in den schnitt eine sache die ich auf jeden fall noch sagen wollte die ich vermissen werde ist zum beispiel ähm autos zu schneiden weil ich habe ja zum beispiel bei the last of us ich habe bei assassin's name bei brotherhood war es noch nicht aber bei revelations habe ich ein aufwändiges auto bei assassin's creed 4 war ich auch letztens wieder habe ich das war mein handy war ich bin ich auch letztens über drei stunden gesessen und habe wir einfach das auto geschnitten und von daher was das wird vielleicht ein bisschen fehlen aber wie gesagt single play let's play sind nicht komplett weg wenn ich zeit habe werde ich sie machen auch wenn sie keiner anschaut einfach aus herzensgüte von daher ich hoffe das video war interessant für euch wenn ihr fragen dazu abziehen die kommentare ich werde sie wir antworten bis dann tschüss